So meine Lieben, willkommen zurück bei ANU1800. Wir sind wieder mal sehr fleißig. Einen schönen Dienstag, der 7. Mai 2019. Die Musik, die Musik, ach Mensch, die ist so schön in diesem Spiel. Das nenne ich mal ein Upgrade. Geil, gut. Also wir wollen jetzt eine Schweinefarm. Wir brauchen nämlich Schweine. So. Jetzt ist es richtig klein, was? So. Hopp, 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 hopp. Zack. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Ach, die Musik, Alter, das ist, ey, das ist... Sorry, aber... Die Musik ist... Ja, kann man... So. 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 1, 2, 3. Scheiße, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scheiße, Dreck. Und... So passt das mir. Ne? Irgendwie hatte ich es mir irgendwie vorgestellt, aber ich weiß nicht mehr wie. Hä? Achja, so war das. Hehehehehehe. Genau, so wollte ich es haben. Ne... Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. Moment... Moment... f*** die ende so menschens kind weil das jetzt so schwierig so haben unsere zwei schweine ganz wichtig die packen wir mal hier mit rein oder so und jetzt zurück Bauernhäuser so wir fehlen die rohstoffe ja ich weiß schweine fehlen aber das kommt bald das wollte ich auch noch nicht dass es geht aber gut ich feiere das spiel voll wirklich so was fehlt uns jetzt hier und zwar wir müssen ein paar Segel bauen für den Heine hier und dann machen wir gleich mal so zack drei felder zack und zack so sehr schön äh den Weg Spielstand gespeichert das geht von rand wesentlich besser achso ja das ist doch gut so ein paar groben müssen ja wenn alles so manhattan mäßig ist wäre ja langweilig oder Ordnung muss sein aber so so also was haben wir Schweine, Schafe, Segelproduktion, Kleidung, Brot, eine Mühle haben wir auch, Fleischproduktion, Schnaps, Kartoffeln, bla 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 das sieht doch alles ganz gut aus, oder? aber hier steht Arbeiter, Arbeitskräfte, Segelproduktion, Achso ok, gut das haben wir jetzt, also Ziegelsteine werden auch produziert oder werden auch produziert äh Ziegelsteine, Segel Segel haben wir nicht schon genug Schwierigkeiten ich glaube äh äh 4770 äh einen Markt brauchen wir die brauchen einen Markt ganz klar und werden geben zack so die sind auf jeden Fall glücklicher zufriedenheit, bla 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 und wirds aus das kriegen wir auch hin das kriegen wir auch hin daran soll es nicht scheitern daran soll es nicht scheitern ok, jetzt geht er mit rettern so äußern was ist das ok 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 mein Handy hat geklingelt ich bin aber beschäftigt so das sieht doch schon mal sehr schön aus gut wir sind auf jeden Fall erstmal versorgt wir könnten theoretisch nochmal ein paar Bauernhäuser hier hin platzieren zack oder zack das wird abgebaut sehr schön das kann auch abgebaut werden ah guck mal her wir haben noch so viele Sachen hier mhm 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 ok wir haben bretter jawohl sehr schön mhm 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 ori mhm 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 j лю mhm KE mhm 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 So, dann machen wir nochmal hier in einem schönen Kuh gewohnen und hier auch. Apfelbaum, Apfelbaum, lalalala. So, dann haben wir unser kleiner Dorf hier, die da spezialisiert sind in Ziegelsteine bauen. Hier haben wir Landwirtschaft auf jeden Fall, Schafe, Schweine, Weizen, bla 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 bla. Hier haben wir die Innenstadt mit der Feuerwehr und alles mögliche. Hier haben wir Holzlager, da wird schön produziert, sehr schön. So, wo ist eigentlich unsere Handelskammer? Wieso habe ich jetzt Schluck auf, Alter? So, Depot. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Ne, genau. Alter, Alter, was ist das für eine Kathedrale, Alter? Der. Der. Sieht aus wie die Notre Dame. Nur besser. Ohhhh. Darf er das? Ja, sorry, aber ganz ehrlich. Kann ja nichts für, ne? Hier wollen wir die hinstellen. Wollen wir die hier hinstellen? So richtig so mittig? Sieht schon fast wie ein Manhattan-Haus, ne, die Straßen. Oder wir packen die Kathedrale hier hin. Oder hier. Oder so. So. Packen wir den mal so hin. So, zack. Da lassen wir noch mal ein bisschen Platz. Wir können hier ein paar... Sack. Dekorieren. Dekorieren wir immer das Ganze. Ach, Quatsch. Das ist doch Bullshit, was ich mache hier. So. So. Daraus machen wir eine Wiese. Das ist auch eine Wiese. Das ist auch eine Wiese. Auch eine Wiese. Zack, 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 zack. Red, der Gärtner. Da. Oh. Sieht, äh, schon mal... Wie lange ist das aus. Oder? Was meint ihr? Sieht schon heiß aus. Pflege muss sein. Aber ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Geld. Die haben nämlich nur noch 47.000 Dollar. Und, äh, das ist, äh, nicht mehr so viel. Es stinkt denn hier ein alter Käse. Hier geht es natürlich auch leichter. So. Wir haben auch eine schöne Wiese. Wieso wird die Kirche... Ach so, ja. Die braucht wahrscheinlich 200 Bretter. Ne. Noch nicht mal. 25. Ah, 25 Ziegelsteine. Dann kann sie gebaut werden. Dann warten wir noch mal auf den einen Ziegelstein. Bilanz. Unterhalt. Was ist denn los hier? Die haben streichen oder was? Die haben gespeichert. Da. Kommt die nächste Fuhre. 25. Kann gebaut werden. Zack. So. Bietet ihren Einwohnern diese Dienstleistung an. Ja. Ein öffentliches Gebäude. Nichts. Nicht mal die Nachbar. Naja, so öffentlich ist es meistens nicht. Aber gut. So. Da haben wir jetzt auch sowas gebaut. Wir sind eigentlich voll weit gekommen. Aber. Wir hören auf mit dieser Aufnahme. Ist es wieder viel zu spät. Ich entschuldige mich dafür. Ich bin jetzt so. Vertieft gewesen. Aber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen bei einer neuen Folge. Einmal bleibt dabei. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.